Was geht ab Leute? Euer Frapses hier und zwar heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video geht es auf jeden Fall um das Hoverboard bzw. allgemein das Snowboard, das ja schon vor einiger Zeit ins Spiel kommen sollte. Und ich werde euch jetzt ganz genau erklären, wann das höchstwahrscheinlich kommt und Freunde, warum es denn überhaupt rausgenommen worden ist. Davor würde ich mich natürlich gerne über einen Daumen nach oben freuen und vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, denn Freunde, wir sind kurz vor den 500.000 Abos. Wenn wir das noch in diesem Monat schaffen würden, wäre das auf jeden Fall eine richtig geile Sache. Außerdem gebt gerne meinen Creator Code ein, falls ihr mich kostenfrei supporten möchtet, frpz-yt. Würde mich mega freuen und jetzt habe ich schon genug gequatscht, starten wir mit dem Video. Let's go! Ich denke mal, die meisten von euch haben das Ganze mitbekommen. Fortnite hat ja das Snowboard angekündigt und viele waren natürlich mega Hype darauf. Sogar ich, Freunde. Ich habe mich mega darauf gefreut und ich habe es halt einfach als cool empfunden, denn normalerweise sollte dann das Snowboard kommen und die Einkaufswegen sollten dann verschwinden und ich muss ehrlich sagen, die Einkaufswegen benutzt ja mittlerweile sowieso niemand. Und das war eigentlich eine mega geile Sache, da habe ich mich mega darauf gefreut, doch das Ganze ist doch anders gekommen, als wir gedacht haben. Es ist so passiert, Freunde. Das Update wurde angekündigt und wie immer, ihr kennt mich, mache ich ja ein Video, wo ich dann sage, hey Freunde, morgen kommt ein Update mit diesen und diesen Sachen. Also so ein kleines Informationsvideo. Das habe ich natürlich dann halt auch gemacht. Hey, morgen kommt das neue Snowboard, bla bla bla, hier und da. Und dann ist es halt so gewesen, Freunde, dass dann das Update doch verschoben wurde. Fortnite hat dann getweetet, wir haben einen kleinen Fehler gefunden beim Snowboard und wir werden das Update um einen Tag verschieben. Dann dachte ich mir, ja gut, Digga, dann kannst du ja natürlich easy peasy schlafen gehen. Du musst dir keine Sorgen um das Update machen. Das heißt, ich habe mir keinen Wecker gestellt auf 10 Uhr morgens, um halt euch die Patchnotes zu zeigen. Dann ist es halt so gewesen, dass während der Zeit, wo ich geschlafen habe, dass Epic Games dann gepostet hat, dass sie doch einen größeren Fehler gefunden haben und deshalb kommt das Update dann doch einfach an demselben Tag, wo sie es angekündigt haben, mit dem einzigsten Unterschied, dass das Snowboard nicht dabei sein wird. Das war natürlich ein bisschen belastend, aber Leute, was wir machen, lieber ein Update haben, als kein Update zu haben. Und dann ist es halt so gewesen, dass dann halt Fortnite nochmal ein kurzes Statement dazu gemacht hat. Die haben dann gesagt, dass sie das Problem jetzt so schnell nicht beheben werden können und dass es vorzeitig mal nicht rauskommen wird. Nun ist es soweit, Freunde. Das nächste Update steht aber dann hier auch vor der Tür. Das letzte Content Update vom Patch 7.10 steht vor der Tür. Und zwar, Freunde, wisst ihr ja selber, Fortnite bzw. Epic Games ist ja im Urlaub gewesen. Deswegen haben sie halt so eine zwei Wochen Pause Zeit eingelegt bzw. sie haben einfach alle zwei Wochen Urlaub gehabt. Und in dieser Zeit kann man natürlich ins Büro, kann man nicht ins Büro und kann nicht hingehen und das Snowboard updaten bzw. verbessern, weil Leute, das macht einfach keinen Sinn. Und deswegen hat es uns ja auch normalerweise nicht gestört, dass jetzt dieses Snowboard nicht direkt rauskam. Aber ich denke mal, euch interessiert trotzdem, wann genau das Ganze rauskommen sollte. Denn es steht ja auch am Dienstag, wie ich bereits schon gesagt habe, ein Update vor der Tür. So, und nun kommt das Content Update Nr. 3 vom Patch 7.10 jetzt am Dienstag, also die kommende Woche. Und deswegen sollten wir natürlich hingehen und darauf vorbereitet sein. Mit diesem Update wird aber höchstwahrscheinlich nicht das Snowboard mit reinkommen, da ja Epic Games noch im Urlaub war. Aber die Urlaubszeit ist eigentlich diese Woche schon um gewesen. Falls sie jetzt am Montag wieder anfangen zu arbeiten, dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass Epic Games doch eventuell das Snowboard mit reinbringt. Aber es wird dann halt ein bisschen knapp und kritisch, denn vielleicht wissen sie ja nicht, was der Bug war oder was der Fehler da drin war. Und es könnte sein, dass es doch dauert. Ich werde mal so ganz mich weit, also mich sehr, sehr, sehr weit aus dem Fenster lehnen und werde mal sagen, dass das Update eventuell am Dienstag kommen könnte. Aber Freunde, aller spätestens wird es nächste oder übernächste Woche kommen, nach dem Content Update Nr. 3. Also sozusagen in zwei bis drei Wochen sollte das Ganze safe rauskommen. Aller spätestens mit dem nächsten größeren Update wird dann, denke ich mal, das Snowboard hinzugefügt. Oder Freunde, im Worst-Case-Szenario wird das so sein, dass einfach kein Snowboard reinkommen wird. Denn ihr wisst selber, der Schnee schmilzt langsam und eigentlich hat das gar keine Thematik mehr oder das ist nicht mehr so relevant wie damals, als der Schnee halt rausgekommen ist. Ich bin aber dennoch natürlich Hype darauf und ich freue mich natürlich darauf, wenn das rauskommt. Natürlich müsst ihr auch bedenken, Freunde, das ist ein mega geiles Gefährt. Das ist halt Solo. Das heißt, ihr könnt es nur alleine fahren, nicht mit Freunden oder so. Aber ich finde es trotzdem geil und ich freue mich natürlich mega darauf und ich hoffe, dass das auf jeden Fall so schnell wie möglich rauskommt und wir uns natürlich daran erfreuen können. Das soll natürlich jetzt kein super langes Video sein. Ich wollte euch einfach nur auf dem neuesten Stand halten. Zusammenfassen kann man sagen, dass das Snowboard einfach vorerst mal verschoben ist. Epic Games kommt am Montag wieder vom Urlaub zurück und geht dann halt real arbeiten. Und, Freunde, was ihr auch nochmal wissen solltet, ist, dass das Content-Update am Dienstag rauskommen soll. Das dritte Content-Update von Patch 7.1.0 und ich kann mir da einfach nicht vorstellen, dass irgendwie das Snowboard mit reinkommt. Es hat eine Wahrscheinlichkeit dabei, ja, aber es ist eher unwahrscheinlich, dass das Ganze doch rauskommt. Weil, Freunde, ihr müsst natürlich bedenken, es ist einfach viel zu kurzfristig. Ich weiß halt nicht, wie Epic Games da arbeitet oder wie schnell das ist oder wie groß der Fehler ist beim Snowboard. Aber eins wissen wir ja, Freunde, schon. Snowboard konnten wir bereits antesten in den einen oder anderen Modis. Naja, mehr kann man dazu nicht sagen, Freunde. Wir hoffen einfach mal, dass es mit dem Content-Update Nummer 3 rauskommt. Ansonsten wird es mit dem nächsten größeren Update rauskommen. Da müssen wir uns dann einfach nochmal ein bisschen gedulden. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem neuesten Stand halten. Aber vorerst wird sozusagen das Snowboard nicht ins Spiel kommen. Allerfrühstens in zwei Wochen oder nächste Woche. Ich wäre dann raus von der Haut rein. Geht mit dem Flow. All your friends. Ciao.